...pannend... ...co-play. Weil wichtig ist... Ich kann uns gut verstehen. Ja, ist alles gut. Aber es wird zu laut. Was sagen die Kinder hier von? Ist das zu laut? Ist das ok? Schmeckt dir Lutscher? Ja... Teile den mal. Ich habe nur einen heute Abend. Wichtig ist an so einem Abend auch, dass man sich mal so ein kleines bisschen in den Arm nimmt, äh, Papa, pass schön auf die Mama auf. Übrigens, riesen Applaus für meine Eltern, die sind extra aus Sieben, heute hier angereist, um hier zu bleiben. Und bei euch hier im Laichring zu sein und nicht zu Hause im wunderschönen Freudenberg, also, ich bin, dass ihr da seid. Endlich nochmal. Auf geht's, kommt gleich, come on! Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are, I have to find you, tell you I need you, tell you I'm setting you apart. Tell me your secrets, ask me a question, oh let's go back to the sky. Rodney and quibbles, Rodney and tables, it's only science and fun. Nobody said it was easy, it's such a shame for us to find, nobody said it was easy, no one ever said it would be this hard. You want another hand to see, I'm going back to the sky, let's go! Oh, ist das Grammolfest in der Leisringer! What? Oh, ist das Grammolfest in der Leisringen! Wow! What? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Der geht jetzt auch auf die 30 zu und hat gesagt, der will sich jung halten. Ja, ist so! Du bist auch fast 30! Mitte 20! Ja, schon, ich bin 20. Und auch noch mehr Wagen als ich. Und mehr Haare. Auf jeden Fall hat er, ich hab mir ein neues iPhone gekauft und dachte, damit will ich ein bisschen mehr haben. Und der Finn hat sich gedacht, komm, meine Straßenkötter blonden Haare werden jetzt einfach mal nicht strahlkreis. Und heute hat er nochmal nachgeführt, vielleicht gestern, ich weiß nicht. Riesenapplaus an der Gitarre. Ganz, ganz fein erklärt für Lukas Thiemann! Und die Hände gleich oben! Riesenapplaus ein Riesenapplaus Riesenapplaus ein Riesenapplaus ein N�� tot, Diese Riesenapplaus ein Riesenapplaus ein Leeren klang 30 Minecraft Riesenapplaus eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und ich glaube, dass jeder, die ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle. Und ich glaube, dass jeder, die ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle. Und ich glaube, dass jeder, die ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle, wie ich fühle. Das war's. 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 Yeah. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. 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 Yeah.